In einer weit entfernten Galaxie, eine böse Alienmacht am Werk. Der böse Tyrann Breed hat Meten-Anführer korrumpiert und die Bevölkerung versklavt. Der legendäre Held, meine Güte, geht das schnell. Wurde beantwortet, Helden-Zoom. Und damit jedenfalls herzlich willkommen bei Rista. Ein Spiel, was ich lange spielen wollte. Da gibt es auch eine Geschichte dazu. Es ist wieder Blind. Wir starten einfach direkt mal das Spiel. Levelvorschau erinnert schon sehr stark an Sonic. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Denn Rista besteht ein Großteil aus einem Charakterkonzept von Sonic. Ah, komm. Ich darf hoch. Ja, wie ihr seht. Was kann Rista? Rista kann seine Arme ausstrecken. Geh mal ein paar Hunden lang. Ah, okay. Hier kommen wir hoch. Haha. Ah, okay. Ähm, ja. Was ist der Hintergrund, warum ich Spiel unbedingt machen möchte? Ganz einfach. Wenn ich den Stern packen. Der Hintergrund ist der, dass ich damals das Spiel eigentlich gerne haben wollte. Ich habe mich aber zwischen diesem Spiel und Deine mit Addy entscheiden. Äh, damals packen wir halt nur die Zeit entweder oder. Und ja, ich habe Deine mit Addy gegeben. Ich muss darauf gestehen, ich habe ein bisschen Bammel vor diesem Spiel. Denn wir haben hier eine limitierte Anzahl von Continuous. Und ich weiß noch nicht genau, was ich machen soll, wenn ich Game Over gehe. Ah, ich lege! Ah. Dementsprechend, ich kenne das Spiel nicht. Ich habe den ersten Level mal testweise angespielt. Ich muss ja gucken, ob das mit der Aufnahme und so weiter und so fort alles funktioniert. Gut funktioniert, das habe ich wohl getan. Ach komm schon. Ach bitte. Die Steuerung ist gar nicht so leicht. Die Steuerung ist gar nicht so leicht. Die hätte man bestimmt auch mehr rausholen können. Oh, was? Ah, eine Bonus-Stage. Schön. Nein, so nicht. Aber so. Ja. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, was ich machen soll, wenn ich wirklich endgültig Game Over gehen. Dann gehen wir nach unten. Oh, das ging schnell. War nur ein Zwischenboss. Ja. Ich mag dieses Spiel. Wie gesagt. Ähm. Rista. 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 Rista klingt besser. Basiert auf einem alten Konzept von Sonic. Genauso wie einige andere Charaktere das tun. Die Sega früher oder später mal rauskriegen. 8,5. Und. Oh, ein bisschen. Eigentlich nicht. Ah. Das kann ich mir nicht beklangen. Ähm. So. Das habe ich gesehen da oben. Wo komme ich da oben hin? Da ist mein Stern hier mit. Wir bringen nichts. Ach man. Komm, schau. da ist mein Stern. Samstag, du kannst das nicht verletzen. Drei mal die, die es macht. Ich schauze die Nation, das funktioniert nie. Ich denke mal die, die Soldaten können. Drei mal die, die sind. Du hast den. verdammt damit noch mal so geht's ja aufgehend springen funktioniert schon mal nicht aber kopfnüsse dürfen wir verteilen übrigens lächelt Rista im japanischen original das haben sie aber für die US- und europäische version haben sie den charakter viel ernster blicken lassen im sprite ist ja auch sehr interessant oh Mist das muss ich noch üben woah 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 oh das war gemein Oh Der wird schon geschafft Oha Deo is coming Osarea Ja, irgendwie fühlte ich auch immer Oder hatte ich immer das Gefühl Als hätte ich etwas Etwas damals verpasst Oh, der ist gar nicht so leicht zu fassen Jetzt aber Nein Das war gemein Okay Aber den kriegen wir Ausweichen Ach ja, mein Es gibt ja einen Haufen Bonuspunkte. Wow, der Soundtrack von diesem Spiel ist echt toll. Gefällt mir. Schauen wir doch mal, was sonst hier arbeitet. Eine Wasserwüstenwelt. Ah, nein. Wollt auch. Ah, gut. Ah, das sieht zu richtig aus. Aber finde ich auch schön. Da der Vater versagt hat bei seiner Rettungskumpion. Kriegen wir jetzt einfach mal den Sohn. Okay. Ding. Gerne an. Ah. Ach. Manchmal ist das echt ein bisschen schwierig. Das war gemein. Wo war er los? Hä? Wieso? Stern. Ein Stern. Den wir nicht immer brauchen. Den wir hier viel leichter haben können. Ah. Ah. So. Ah. Ja. Was haltet ihr von dem Spiel bislang? Ganz im Jahr? Habt ihr schon gespielt? Könnt ihr mir da Hinweise oder Tipps geben, die ich vielleicht... Ah. Nicht ganz so blöde anstelle. Ach, das sah so aus, als könnte man da ran. Tö. Au. Okay. Ah, das ist hier keine Ducken-Animationen. Ich will den haben. Und oben gibt's nichts. Jetzt auch die Finger. Okay. Dürfen wir halt. Ah. Ah. Oh. Ähm. Das war... Das hat keiner gesehen. Oh. Es ist hier... Next Area, Lost Palace. ... Team Welten? Ah. Ah. Späch. Aber was wir hier wirklich machen müssen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen.